Das ist ein großes Potenzial in Afrika. Es ist sehr attraktiv. Die Werte sind sehr hoch. Dass man kleine Bauern von ihrem Land vertreibt, und dort große, industriell organisierte Landwirtschaft betreibt. Röp in Kruzat, trug bani bantancieni, trug bani bantancieni, trug bani bantai attraktiv. Deja pot sa spun ca la nivel de comuna inca o ferma cum este a mea nu mai gasit. Wir haben ein Fördersystem in der Europäischen Union, was nicht den Bauern fördert, sondern die Fläche. Das heißt, je mehr Hektar, je mehr Geld. Das ist ein großes Problem. Was muss man auch sehr deutlich sagen, mit korrupten Regimen Landgrabbing gemacht wird. Das heißt, Konzerne eignen sich Land selber an, um für den europäischen Markt zu produzieren. Für mich ist das eine neue Welle des Kolonialismus, und uns eines Tages teuer zu stehen kommen wird. Das kommt auf die Welt. Das ist ein Problem. Wir sehen uns beim nächsten Mal.